Dorn-Selbsthilfe-Übungen für das Kniegelenk Mit gebeugten Beinen auf einem niedrigen Hocker oder auf dem Boden gibt man weithändigen Druck auf das Knie und streckt das Bein. Man atmet dabei aus. Der Druck mit der einen Hand erfolgt auf das Kniegelenk nach hinten Richtung Becken, mit der anderen Hand gibt man einen Gegendruck in der Kniekehle nach vorne. Versuche die Handstellungen zu wechseln, um das Kniegelenk in seine optimale Ausrichtung zu führen und atme beim Beinstrecken aus. Zurück zur Startposition wieder einatmen. Aktion mehrfach wiederholen und immer auf beiden Seiten. Eine Hand gibt Druck auf das Kniegelenk, beim Beinstrecken die andere einen Gegendruck nach vorne. Beim Beinstrecken ausatmen, zurück zur Startposition einatmen. Aktion immer mehrfach wiederholen auf beiden Seiten. Bei einer alternativen Kniegelenk-Übung gibt man mit beiden Händen Druck auf das Knie aus einer sitzenden Position heraus, erhöht den Druck zunehmend beim Aufstehen, bis Beine gestreckt sind. Beim Aufstehen vor sich Druck auf das Knie nach unten geben, dabei ausatmen. Den Druck zunehmend erhöhen, bis Beine gerade sind, mehrfach auf beiden Seiten wiederholen. AbANA Die Kleine Untertitelung des ZDF, 2020